Rabbiner stellen wir uns so vor. Kippa auf dem Kopf, dunkler Anzug, graue Haare und natürlich männlich. Die israelitische Kultusgemeinde in Bamberg hat jetzt eine Frau zur Rabbinerin ordiniert. Das hat es in Bayern bisher noch nicht gegeben. Antje Jail-Deusel ist 51 Jahre alt und von Beruf Ärztin. Lukas Fleischmann stellt die erste bayerische Rabbinerin vor. Das jüdische Gemeindeleben in Deutschland erfährt nach dem Holocaust eine Renaissance. Inzwischen gibt es viele lebendige jüdische Gemeinden in ganz Deutschland mit regen Kontakt zu anderen Religionen. Auch die israelitische Kultusgemeinde in Bamberg hat ein funktionierendes Gemeindeleben. Nicht zuletzt dank ihrer neuen Rabbinerin Dr. Antje Jail-Deusel, eine Frau zwischen den Extremen des Alltags. Ein ganz normaler Dienstagmorgen in der Urologie im Bamberger Klinikum. Antje Jail-Deusel auf dem Weg in ihr Büro. Begegnungen mit Patienten und Untersuchungen stehen auf der Tagesordnung, denn die Rabbinerin ist neben ihrem geistlichen Amt als Oberärztin in der Urologie tätig. Ich wollte ja eigentlich Allgemeinchirurgie machen, aber es war mir ziemlich schnell klar, wenn einer wirklich umfassend sein Gebiet beherrschen möchte, dann kann das nicht die Allgemeinchirurgie als solche sein. Sie sehen ja, man hat inzwischen auch Untergruppen eingeführt, Spezialisierungen, Subspezialisierungen in der Chirurgie. Und so war auch die Urologie ursprünglich ein in die Chirurgie eingegliedertes Fach. Und ich wollte ein chirurgisches Fach machen, aber ein sehr abwechslungsreiches, trotzdem so, dass man es beherrschen lernen kann, also auch überschaubar. Und das war für mich die Urologie. Der persönliche Kontakt zu Menschen ist Antje Däusel sehr wichtig. Sowohl als Ärztin wie auch als Rabbinerin ist Einfühlungsvermögen eine Grundvoraussetzung. Der Mensch steht für sie im Mittelpunkt, in geistlicher wie auch in medizinischer Hinsicht. Deswegen sind Medizin und Rabbinat auch keine Gegensätze. Beide Berufe sind interessant und so gegensätzlich sind sie eigentlich gar nicht. Wenn Sie sich einen Kreis vorstellen oder eine Kugel und auf der einen Seite haben Sie etwas mehr von der einen Seite, auf der anderen Seite wird es dann schmaler, so wie dieses Yin und Yang Zeichen, dann sehen Sie wie Medizin und das Rabbinat, wie das ineinander greifen. Das Ganze, dieser ganze Kreis, wenn Sie so wollen, das ist der Mensch. Antje Jael Däusel, 1960 in Nürnberg geboren, studierte zunächst am Dolmetscher Institut der Universität Heidelberg, bevor sie in Erlangen Medizin studierte. Seit einigen Jahren arbeitet sie nun als Oberärztin in der Urologie im Bamberger Klinikum. Der Gedanke, Rabbinerin zu werden, beschäftigte sie schon seit der Jugend. Zunächst einmal war das ein Jugendtraum. Das wollte ich eigentlich schon nach dem Abitur machen. Ich bin im Nachhinein sehr, sehr froh, dass das damals auch nicht möglich war für Frauen, dass es nicht geklappt hat. Denn ich denke, man braucht doch ein gerütteltes Maß an Lebenserfahrung, um diesen Beruf dann auch voll ausfüllen zu können. Und ja, wie habe ich kürzlich in einem kleinen Artikel für unsere alte Schulzeitung geschrieben. Es gibt Leute, die erwarten vom Leben mehr als einen vollen Kühlschrank. Und so war das bei mir auch. Viele Jahre war sie zweite Vorsitzende der israelitischen Kultusgemeinde in Bamberg, bevor sie schließlich mit der Rabbinerausbildung am Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam begann. Antje Deussel ist die erste Frau im Rabbinat, die in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg ausgebildet wurde. Mehrere Jahre pendelte sie so zwischen Bamberg und Potsdam. Vor über zehn Jahren ist in Berlin bzw. Potsdam das Abraham-Geiger-Kolleg gegründet worden. Das ist ein nicht-orthodoxes Rabbiner-Kolleg, die auch Frauen annehmen und auch Frauen ordinieren, wenn sie mit dem Studium fertig sind. Mit diesen Erwartungen an das Leben fasste sie den Beschluss, Rabbinerin zu werden und trotzdem Ärztin zu bleiben. Der meist steile Weg erforderte Energie- und Durchhaltevermögen. Kraft sammeln, die Natur genießen. Der arbeitsintensive Alltag braucht einen Ausgleich. Antje Deussel findet diesen bei ausgiebigen Spaziergängen im Bamberger Hain. Ja, ab und zu habe ich auch einmal frei. Und was ich sehr, sehr gerne mache, das ist Kochen zum Beispiel. Und dann habe ich auch zwei große Balkone, wo ich Kräuter ziehe und Gemüse. Und da gibt es auch Korbsessel, wo man sich reinsetzen kann zum Lesen. Also das ist ein Stück Natur für mich, zugänglich von meinem Apartment aus. Aber ich bin auch gerne draußen in der Natur, also so wie jetzt im Hain. Das ist ja nicht ganz so weit weg von dem Ort, wo ich wohne. Und das ist ein sehr schöner Spaziergang, gerade runter an den Hainsee. Trotz der christlichen Umgebung fällt es ihr nicht schwer, die jüdische Lebensweise mit all ihren Facetten in den Alltag zu integrieren. Einschränkungen sieht sie nicht, eher neue Möglichkeiten. Im Judentum, das Leben ist in seiner Gänze einbezogen. Es ist die Art, wie ich mich anziehe, die Art, wie ich esse, die Art, wie ich mich zu den Gebetszeiten halte, auch das Familienleben. Und es ist jetzt nicht etwas, wo man sagt, oh, das ist ja schrecklich, das sind ja furchtbar viele Regeln. Sondern das ist eine Form des Zusammenlebens. Und letztlich gelten diese ganzen Gebote dafür, wie lebe ich in einer Gemeinschaft zusammen, sodass jeder zu seinem Recht kommt und auch die Freiheit und Würde des Einzelnen gewahrt bleibt. Freiheit und Würde des Einzelnen. Eine Rabbinerin im Dialog. Das friedliche Zusammenleben mit anderen Religionen ist essentiell für Deusel. Besonders intensiv verläuft diese Zusammenarbeit beim Gottesgarten der Religionen auf der Landesgartenschau in Bamberg. Denn Christen, Muslime und Juden ziehen an einem gemeinsamen Strang. Man stellt auch in diesen Gesprächen fest, wie ähnlich doch manche Vorstellungen sind. Man denkt, die andere Religion, die hat ja ganz andere Vorstellungen. Sie hat eine andere Art, Gott zu ehren. Aber die Ideen, die Grundideen, die dahinterstehen, sind oft sehr ähnlich. In Bamberg ist sie längst angekommen. Die Akzeptanz ist groß, das Vertrauen in die neue Rabbinerin ebenso. Die offizielle Übergabe der Torarrolle war der letzte Akt der Einführung. Eine Frau im Rabbineramt. Für viele Juden mittlerweile also kein Problem mehr. Ich vertrete ja die Gleichstellung der Frau, bin ja auch ein, zwar gemäßigter, aber ein liberaler Rabbiner. Ich begrüße das sehr. Ich weiß, das ist ein schwerer Weg, denn in weiten Kreisen, die jüdischen Gemeinden, den Frauen auch nicht akzeptiert. Aber ich glaube, hier in Bamberg hat sie einen guten Boden gefunden und ich glaube, sie wird eine gute Rabbinerin hier sein. Ich glaube, dass Frau Dr. Deussel vor allem auch eine wichtige Aufgabe hat, weil sie ja auch einen anderen Beruf noch ausgeübt hat. Dass sie ja so viel zupackender und auch greifbarer ist für Menschen und dass deswegen auch die Hemmschwelle, sich an sie zu wenden, bestimmt sehr klein sein wird. Die Amtseinführung war für mich sehr bewegend, denn es waren sehr viele von meinen Weggefährten da, auch von meiner Familie, von meinen Freunden, auch aus der Schulzeit, aus der Studienzeit, aus dem medizinischen Beruf und natürlich auch aus dem rabbinischen Beruf. Und für die Zukunft, nun ja, so weiterarbeiten wie bisher, noch mehr auf die Gemeinde eingehen, die Gemeinde dort abholen, wo sie ist, nämlich momentan noch draußen vor der Synagoge und ich hoffe, dass das dann ihnen auch Freude macht, hereinzukommen. Antje Jael-Deussel versucht getreu, ihrem Ordinationsbruch zu leben und zu wirken. Antje Jael-Deussel ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht sehen wir Licht. Antje Jael-Deussel ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht sehen wir Licht. Untertitelung des ZDF, 2020